Und los geht's. Verdammt, sechs Monate habe ich das Ding vorbereitet. Jeden Millimeter geplant. Scheißdreck! Was? Wo ich bin? Bei der Arbeit! Was willst du? Dafür habe ich keine Zeit. Wann sagst du? Scheiße. Sie ist gerade mal fünfeinhalb und völlig unberechenbar. Sechs Monate habe ich den Überfall geplant. Scheiße, sechs Monate. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Du spinnst doch. Du spinnst echt komplett. Scheiße, eine Panne. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wo ist der Ersatzreifen? Und der Wagenheber? Wo ist der Wagenheber? Suchen wir eine Notrufsäule. Da verstecken wir uns. Da wird uns keiner vermuten. Hast du einen Vollschatten? Ach, weißt du, dann können wir uns auch gleich im Innenministerium verstecken. Wir sind hier in einem Trainingslager der Spezialeinheiten der Polizei. Eine große Schlinge, die sich uns um den Hals legt. Die sehe ich. Du bist du in der Lasslos! Du spinnst doch. Du spinnst echt komplett. Halt's mal. Halt bitte endlich mal dein Maul. Ihr gebt mir auf den Sack! Ihr gebt mir alle auf den Sack! Hey, Mädels, kann ich euch helfen?